Hallo Leute, zurück! Mein Spiel wurde gecrashed und deswegen musste ich, ja, neu starten. Aber ihr habt nicht so viel verpasst, wir haben uns nur wieder zum Hügel zurück gepartet. Genau. Und da ist ein Monster! Schau, alle kamen von unserem Haus, gell? Mhm. Boah, das war ein bisschen knapp gerade. Mit was? Mit der hat mich fast erwischt. Echt? Mhm. Soll es mal diese Kubusse wieder da machen, oder was das da für Klinge sind? Mhm. Ich verrollt! Was ich finde übertrieben geil in diesem Spiel, wenn bist du nicht da, gell? Mhm. Gehst du off. Mhm. Und die Bäume nach der Zeit wechseln automatisch. Auch wenn kommst du eine Stunde oder zwei Stunden später. Ja, ja. Das wäre übertrieben geil. Das ist so, wie wenn ein Server bestellt, ständig on. Mhm. Ist wahrscheinlich auch die ganze Zeit on. So, wie viel Lila mit Kristalle hast du? Wie er einfach wieder an dem Ding hockt. Äh, fünf. Du sammelst die wahrscheinlich Kämpfe mehr. Hast du erweitert oder was? Nein. Nein. So. Wir brauchen... Was brauchen wir jetzt? Steine. Mhm. Oh lol, du hast das gemacht. Ey, du bist OP. Okay. Machen wir mit deinen Lila und Steinen dann nochmal weiter. Wenn du Lila und Steine hast. Wie meinst du? Ah, du gehst ganz, ganz oben auf der Leiste rechts. Meinst du diese Pulver oder was? Ja, genau. Ich brauch das Pulver für meine ganzen Sachen und so. Dann könnte ich nur zwei machen. Okay. Ich gehe kurz Steine sammeln. Mhm. Und will dich offen machen, gell? Okay. Bist du eigentlich verstanden? Jo. Stoff brauche ich ja auch noch, oh mein Gott. So. Stoff geht einfach viel schneller als diesen Staub da zu machen. Ey, das dauert ja übelst lang. Ja. Weißt du, äh, ich hab bei mir den, äh, Holz, äh, Holztrainingpuppe, gell? Mhm. Habe ich kaputt gemacht. Und was ist passiert? Habe ich ein Rezept bekommen. Für? Für Sachen, ich weiß nicht. Bafen oder sowas. Aber du bekommst auch Rezepte, gell? Ja, ja. Ach so, grüner Smaragd, stopp. Da brauchen wir die grünen Smaragd, ja. Boah, äh, naja. Was soll ich sagen? So viel weiß ich auch. Wie viel Habe ich steigen überhaupt? Uah, das reicht doch locker. Klopp, klopp. Papa ist da. Ähm. 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 Da ist. Was? Für die... Okay. Ja, ich brauche noch Holz. Leck mich am Arsch. Hm, kann sich sehen lassen. Was? Mein neues Ding. So. Was? Ich brauche unbedingt diese grünen Steine da. Also, das Bier bekomm ich später erst. Hm. Leider. Hast du schon einen Ofen gebaut? Nein, ne? Nein, ich bin nicht dran. Also. Was? Was? Ja, leck mich am Arsch. Was? Kein Platz? Ja. Lass mich. Okay. Also, du kannst auch nehmen, gell? Mhm. Äh, hast du... genug noch... äh, Kupfererzen? Ja, hab ich. Dann kannst du noch die Ampus machen, gell? Oh, da brauchen wir ja nicht. Weiß nicht. Ich mach erst mal jetzt so viel Kupferdinger, wie ich hier machen kann. Okay, neun. Okay. Äh... Ampus meinst du, ne? Ja. Oh, ich hab keinen Kupfer mehr. Ja. Ich hab drei Kupfer und wie viel hast du noch? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Nein, nein, kann ich... Warte, Ampus braucht... Warte, da ist... Ich hab... Ah! Mir fällt nur eins. Warte mal. Wie viel kostet denn die Truhe? Bitte zwei, bitte sag zwei. Ja, zwei. Geil sei Dank. Bei mir fällt nur ein, dann kann der auch Ampus machen. Weil du hast drei gesagt, gell? Nein, jetzt hab ich keine mehr. Ich hätte nur noch zwei. Okay. Aber egal, Tru, wollten wir auch machen. Blast, ist Kupfer drin. Äh, für Info? Ich hab keinen Platz, gell? Rechen. So. So, was brauch ich denn jetzt noch? Kupfer der Berührer der Natur. Maler Regeneration auch noch. Okay, jetzt brauch ich nur noch diese veredelte grünen Smaragd und ne Schuppe. Dann kann ich mir diesen Kupferstab der Natur machen. Frag nicht. Was machen wir jetzt? Weil ich wollte auch was lernen. Wie, was? Zauber. Heilung nur. Ach so, da war ja auch noch was. Ja! Heilung war auch sowas. Dafür braucht man... Scheiße. Grüne. Ja. Und wir haben Violett, gell? Warum kann ich denn hier nix machen? Hä? Ich bin doch am Altar dran. Ah, druckst du F? Oder E? Toop. Stoß einen Schrei aus der... der... was verursachten Schaden für 6 Sekunden erhöht. Jeder Charakterstufe... Stufe erhöht den Schaden zusätzlich um 1%. Egal. Machen wir erstmal das da. Ah! Lol, dafür braucht man auch wieder grün. Gibt ja doch. Hä? Glück gehabt, gell? Wie Glück gehabt, ist ja scheiße. Äh, Leute. Also ein Ba... Baum! Ich will einen Baum machen! Kannst du einen Baum machen? Was? Bau! Baum! Machen! Wie Baum machen? Du musst ja... Oh, hier sind sie verschwunden! Was? Ich wollte mich grad mit denen da oben anlegen. Ah, diese... ...viecher oder was? Ja... ...viecher oder was? Ja... Und was haben wir noch? Ah ja, da. Das muss ich nochmal haben. Also das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das nehm ich. Was hast du gemacht? Level Up. Schau mal wieder! Ne, ich tu nur so. Cheater! 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 Warum Cheater? Weil du cheaterst! Nein! Tu ich nicht! Oh, okay! Hm? Bobichtotun! 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 Äh, zurück! Lol, Kupfersense! Kann ich die auch benutzen? Äh, dann mach ich das da rein. Ah, das kann ich hier reinmachen. Das mach ich hier. Dreck kann ich wegschmeißen. Das ist wertvoll, das ist wertvoll. Das bleibt. Das ist weg. Komm, das ist auch weg. Egal, ich hab mir die jetzt hier einfach gemacht. Juhu! Das ist auch weg. Das brauche ich auch nicht. Weizen, das bleibt, das könnte bleiben. Okay. Okay. Gut. Boah! Du bist Sense-Meister, gell? Aber die Sense macht keine Fähigkeiten. Aber die Sense ist bei Altar dabei. Wann ich? Keine Ahnung, ja. Heißt also Magier-Sense oder irgendwie sowas. So, das Holz müsste reichen. Oh, das ist ja nicht. Oh, das tut's schon. Willst du mich hier schon unbedingt anladen? Nein, ich will aber hier an die Werkbank schnell. Erweitern? Darfst du nicht. Nein, nicht erweitern. Dafür brauchst du Silber. Ja. Ich glaube, baue ich irgendwann ein Lagerhaus. Ja, wo wir dann Sachen einsortieren. Ja, ja. Ja, ja. Ah, kann... Ah ja, Buben kann ich machen schon, oder? Weiß nicht. Aber dafür brauch ich was, oder? Und das brauche... Äh, warten! Ich habe auch voll die Reichweite mit der Sense. Echt? Mhm. Wo... Oh, ein Schlag und so ein grüner Schleim ist weg. Ich brauche Schuppen. Okay. Zwei Schuppen, dann kann ich es machen. So. Wie sehe ich eigentlich aus? Wie ein... Magier, ich weiß. Magier sind sie. Und weißt du, was wird geil werden? Wirdest du sowas wie mit diesen Sense Fähigkeiten machen? Ja, das wäre noch nicer. Lass mal die Puppe da unten ein. So wie sie... So wie Hexenjagd. Ja, wäre schon nice. Bzzzt. Der Blitzzauber macht schon Schaden, irgendwie. Ja. Aber ich... Wir machen nur zu wenig Schaden, glaube ich. Ja, komm. Das brauchen wir ja. Aua, Ding. Halt. Kaputt machen. Das war toll, wollte mich einsaugen. Guck mal. Es saugt mich halber ein, hier. So. Äh... Gehen wir weiter, gell? Ja. Äh... Soll ich... Soll ich machen? Mach du. Warte mal, was... Haben wir nur eins. Soll wir machen? Hm? Soll ich machen? Ja, mach. Und dann machen wir Schluss für jetzt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!